Moin, hallo und herzlich willkommen, Max wieder am Start und weiter geht's auf Unchained. Uns fehlen noch 20 Steps. Und ja, wir haben auch wieder ein bisschen Hyping. Gerade ein paar Packet Losses gehabt. Die haben sich hoffentlich jetzt kapisst und kommen auch nicht wieder zurück. Das Essen hier stimmt. Oh, da sind sie schon wieder. 20 Prozent. Ja, wenn es danach wieder besser ist nach dem Raid. Meistens ist es nur noch wie ein Raid am Tag. Scheinbar muss das mal so sein. Und dann geht's mal so ein Raid. Und dann geht's mal so ein Raid. Und dann geht's mal so ein Raid. Das war's für heute. Sohn, Gioca! Das sehe ich nicht. Der hat einfach bloß... Den Kopf hängen lassen. Mann! Alter! Waren sie überall! Ach gut, ich kümmere mich besser erstmal. Und die Brüder. Ich hatte noch von allen Seiten oder noch beschossen? Die Brüder! 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 Ich kann auch nicht damit gerechnet, dass es da schon so nah ist. Da liegen sie rum, die Besteller nicht abgeholt. Woha! Das war's, was er! ich habe meinen arm zerstört was? drei stunden später? tatsache ich habe mich schon gewundert was da so zittert die idioten da umknallen ja meines kepses da wollen die sich doch nur um sicherheit das ist Mann, der Armour gerade repariert. Der Armour, der Armour, der Armour, der Armour. Der Armour, der Armour, der Armour. 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 Mann. Das war's für heute. Was für Idioten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, die Zeit tickt schon wieder. Das war's für heute. Das war's für heute. So, 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 das war's für heute. Das war's für heute. So, 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 das war's für heute. Vielen Dank.